Ich möchte kurz etwas anmerken, wir sind nicht alleine, nicht nur in Bottrop streiten wir, sondern in Deutschland demonstrieren trotz des stillen Feiertags fast 20 Städte in NRW und das macht uns in Deutschland ungefähr zu 5000 bis 1000 Leuten, das sind sehr viele, auch wenn es ein Feiertag ist. Warum aber jetzt Karfreitag? Also wir sind zum größten Teil in unserem Organisationsteam nicht gläubig und wir finden es nicht richtig, dass in einem Land, wo über die Hälfte nicht christlich sind, die Kirchen immer noch über den Ritten vervormunden, ganz egal, wie immer die Lohn wir haben oder eben nicht. Vielleicht merke ich, ich bin etwas nervös, das ist mein erster Rede, deswegen, Entschuldigung. Auf unserer Rede dürfen wir heute aber nicht tanzen und nicht singen, beziehungsweise auch keine Musik abspielen, deswegen wird es ja etwas ruhiger als die letzte Rede. Und das würde Geldstrafen nachziehen, deswegen wäre ich euch dankbar, wenn ihr nicht tanzt und nicht singt. Und warum sollte man an diesem Freitag anders handeln als an anderen Freitagen? Ich meine, die Erderwärmung, die stoppt ja auch nicht heute, weil heute Karfreitag ist oder ein stiller Freitag ist. Ich meine, es geht immer noch weiter, die Firmen stoppen auch nicht. Auch heute, an Karfreitag, sterben Leute an den Folgen des Klimawandels. Und deswegen kämpfen wir auch heute um das Fortbestehen. Und wer wäre, bitteschön, so dumm, Entschuldigung, beim Kampf um es überlegen, Religion zu berücksichtigen. Ich meine, das ist doch eindeutig wichtiger, oder? Ein kurzes Beispiel. Wenn euer Haus brennen würde, würdet ihr dann um Hilfe schreien oder würdet ihr schweigen, weil heute ein stiller Feiertag ist. Wenn euer Haus tatsächlich brennen würde, dann würdet ihr nicht zuerst eure Religion berücksichtigen, sondern euer Überleben selbst. Das war's, dann geschehen. Feuer denn! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Climate! Justice! We are unstoppable! Another one! Es gibt kein Lecht auf Kohle wager fahrelle Stiebe. Kein Lecht auf Kohle wager fahrelle Stiebe. Kein Lecht auf Kohle wager fahrelle Stiebe. Kein Lecht auf Kohle wager. Kein Lecht auf Kohle年前. Kein Lecht auf Kohle. Kein Lecht auf Kohle. Kein Lecht auf Kohle. Kein Lecht auf Kohle! We are an Millionat. Kein Lecht auf Kohle. Kein Le arqu 그것 fate quoi marca satisf aimiert. Kein Lecht auf Kohle! Kein Lecht auf Kohle people inmere in K71 hat erอะไร, dass man sich mobility ostischGs. Also der Test, wehrt euch, leistet Widerstand. Okay, dann müsst ihr jetzt einmal ertragen, dass ich das kurz vor spreche. Das ist ja nur, spreche mit Tonlage und kann singen, weil wir haben ja gerade weiter. Das geht nämlich folgendermaßen. Heyo, leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikade, auf die Barrikade, heyo. Leistet Widerstand, leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikade, auf die Barrikade. Das geht auch noch lauter. Leistet Widerstand, leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikade, auf die Barrikade. 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 Climate! 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 Climate, climate! Climate, climate! Sehr schön. Kohlenkonzerne, wagern in der Ferne! Wagern in der Ferne, wagen in der Ferne! Zerstören unsere Umwelt, nur für ein Watzengeld! Wo bringen wir unsere Zukunft hin? Erdeuerbare Energie! Es war noch nie zu leise, das können wir noch lauter! Kohlekonzerne, wagern in der Ferne! Wagen in der Ferne! Zerstören unsere Umwelt, nur für ein Watzengeld! Wo bringen wir unsere Zukunft hin? Erneuerbare Energie! Was war noch nie zu leise? Was war noch nie zu leise? Was war noch nie zu leise? Was können wir denn auf der Ferne? Was können wir denn auf der Ferne? Was war noch nie zu leise? Was wir denn auf der Ferne? Was wir denn auf der Ferne? Wo bringen wir unsere Zukunft hin? Wo bringen wir unsere Zukunft hin? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind hier, wir sind laut, bei der uns die Zugkontrag. Wir sind hier, wir sind laut, bei der uns die Zugkontrag. Wir sind hier, wir sind laut, bei der uns die Zugkontrag. Wir sind hier, 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 wir sind hier Climate Justice! When do we want it? Now! What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now! Climate! Justice! Climate! Justice! Climate, Climate, Climate! Justice, Justice, Justice! Sehr schön. Dann setzen wir jetzt einmal unsere Demo fort. Wenn wir können, dann machen wir genau so laut weiter. Ja, aber das machen wir ja. Okay, neuer Sprung auf. Lass die Kone in den Boden. Niemand soll die Wälder holen. Lass die Kone in den Boden. Lass die Kone in den Boden. Na, könnt ihr doch machen. Lass die Kone in den Boden. cach mache wälder. Wir beginnen also erst mal, die Ahh-ah-alik einen Sch darem. Wenn wir jetzt gleich auf die Straße gehen, dann bitte einmal die rechte Spur benutzen. Die Ordner gehen am besten links außen vorbei und gucken mal so ein bisschen nach, obwohl in den Straßenkern die Alt sehr stört. Genau, und dann können wir jetzt unsere Demo sofort fortsetzen. Okay, das war gerade schon sehr gut. Aber wir sind jetzt an einer besonderen Stelle, denn da vorne ist das Wathaus und direkt an dem die Kirche. Und deshalb sind wir heute an Karl Freitag nochmal besonders laut. Hop, hop, hop! Nordenstatt! Hop, hop, hop! Nordenstatt! What do we want? Nordenstatt! When do we want it? Now! Hop, hop, hop! Nordenstatt! 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 Wieso, was Herr, warum, wer noch kriegt, ist dumm. Könnt ihr das lauschen? Wieso, was Herr, warum, wer noch kriegt, ist dumm. Wieso, was Herr, warum, wer noch kriegt, ist dumm. Wieso, was Herr, warum, wer noch kriegt, ist dumm. Wieso, was Herr, warum, wer noch kriegt, ist dumm. Wieso, was Herr, warum, wer noch kriegt, ist dumm. Wieso, was Herr, hur, warum, wer noch kriegt, ist dumm. Wieso, was Herr, warum, wer noch kriegt, ist dumm. Das ist eine der größten Kühne. Das war's für heute. Das war's für heute. Applaus 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 Lasst die Kohle in den Boden, niemand will die Räder holen. Koste, werde. Koste, stelleец. Wir verlieren mit der Brauwer. TUNK Kein Recht auf Kohle-Wagner-Fahrer, wenn es gibt! 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 Kein Recht auf Kohle-Wagner, wenn es gibt! Kein Recht auf Kohle-Wagner-Fahrer. Kein Recht auf Kohle-Wagner-Fahrer, wenn es gibt! Der Köln ist mit der Köln! Der Köln ist mit der Köln! Hop, hop, hop! Köln ist mit der Köln! Köln ist mit der Köln! Es gibt kein Recht auf Kohlebaker fahren! 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 Wir sind hier! 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 Dein Recht, die Erde zu zerstören, kann es nicht. Dein Recht, die Erde zu zerstören, kann es nicht. Dein Recht, die Erde zu zerstören, kann es nicht. Schöne Veranstaltung, Herr Felbier. Danke schön. Schön, dass Sie, schön, dass Sie. Schön, dass Sie, schön, dass Sie. Wir sind ein Schöneer, die Erde zu zerstören. Zerstören wir unsere große Wald. Wir sind ein Schöneer, die Erde zu zerstören. Wir sind ein Schöneer, die Erde zu zerstören. Das kann im Leben schneller machen. Schole Konzerne, waggern in der Ferne, zerstören unsere Umfeld, nur für ein Watzengeld, worin wir uns in Zukunft sind, erneuerbare Energien. Wir nehmen natürlich die Energie jetzt, wo ihr alle warm laufen seid, mit und machen ihr natürlich noch weiter, wir hören hier nicht auf, wenn wir wieder auf dem Edina Plot sind. What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Climate! 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 Yes! Es gibt kein Recht auf Kohlebagerfahren! Es gibt kein Recht auf Kohlebagerfahren! Seid ihr schon lieben nach der Strecke, oder können die das noch lauter? Es gibt kein Recht auf Kohle-Wager-Fahrer, wenn es gibt. Kein Recht auf Kohle-Wager-Fahrer, wenn es gibt. Kein Recht auf Kohle-Wager-Fahrer, wenn es gibt. Kohle-Wager-Fahrer, wenn es gibt. Kohle-Wager-Fahrer, wenn es gibt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020